Mal gucken was hier so kommt, ich lauf einfach mal vor, weil ich es kann. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Ich folg einfach mal diesen Punkteweg. Ist das nicht hier hoch? Das ist auch, glaube ich, hier hoch. Hier vorne, würde ich sagen. Nee, hier hoch. Ja, ich glaube, du bist... ja. Okay, gut. Wir sind einfach nur... naja. So und irgendwas war doch mit... ach so, damit kann man es ja wechseln. Ach so, mit dem Mausrad, wenn du das Mausrad reindrückst, dann kannst du die Waffen aussehen, wenn du andere Waffen findest. Okay, ich hab auch nur die eine. Oh, da ist ein Dicker. Ach so, du findest auch Waffen in den Mülleimer und so, ne? Woll ich dir bloß mal sagen. Also es lohnt sich wirklich alles hier anzugucken, was dir so in der Gegend steht. Irgendwie hat der ein schweres Rohr. Aber hab ich das jetzt aufgenommen, oder was? Das müsstest du eigentlich haben, ja. Das heißt, wenn du Mausrad gedrückt hältst, dann kannst du das eigentlich ausfehlen. Ah, Mausrad gedrückt. Ach so, also wie bei Kreis, ja. Da hab ich so ein schweres Rohr, geil. Und dann kann ich halt auch noch das. Fäuste. Alkohol. Cool. Alkohol ist immer gut. Oh, jetzt hab ich ein bisschen getrunken. Oh, na, jetzt bin ich... Ja, super, jetzt bin ich besoffen. Ja, du bist auch immer. Auf jeden Fall. Oh, ich hab einen Lappen gefunden. Lappen? Also den Pfad da von Spongebob. Ja. Hahaha. Oh, ich hab ein Rundmesser gefunden. Oh, ich hab schon wieder Energydrink gefunden. Oh, und Pool. Ein bisschen baden gehen. Oh, ja, ne. Ich bin auch wieder nüchtern. Oh, guck mal, guck mal, wir kriegen Besuch. Der kommt baden. Das ist ein bestimmt cooler Freund. Aber ich mag Freunde nicht. Oh, da kommen... Guck mal, da kommen schon wieder welche. Da kommt noch mehr. Cool. Ich kann gar nicht mehr mein Bild auswählen. Boom. Oh, da ist noch einer. Na, ist ja auch ein bisschen warm. Kann ich auch verstehen, aber... Das sieht aus, wie wir durch das Wasser laufen. Ja, ne. Irgendwie lustig. Okay, äh... Oh, hier liegen. Mmm, lecker. Ach, der lebt noch. Ja, hau in meine Ruhe. Ist richtig so. Molotow. Oh, ich hab Oleander gefunden. Oh, scheiße, der lebt immer noch. Oh, guck mal, der isst was. Schmeckt's? Du isst ohne mich? Ohne das Tischgebet? Ohne das Tischgebet, was? Oh, da ist der nächste. Du bist ein bisschen verarschen, Digga. Guck mal, da hinten ist ne Frau. Soll ich die Frau nehmen? Möchtest du die Frau nehmen? Ach du, ich hab... Du ja auch. Nein. Hey, fass mich an. Ohne auf den Kopf. Hallo, lebst du noch? Verarschen, Alter. Boah, ich hab ihm voll das Bein abgeschlagen. Ihhh, du bist dein Ferkel. Ich geh das an, Alter, wie das hier nur so rum blutet. Haha, erstmal ausbooten lassen. Ach ja, du nimmst die ganzen Koffer, okay. Ich war gerade da, deswegen dachte ich mich, ich geh einfach mal durch und ich nehm das einfach. Oh, hier ist ein Koffer, so den hab ich jetzt mal genommen, eiskalt. Ja, du hast aber den Energydrink übersehen. Ah, geil. Oh, okay. Oh. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Mit dem kannst du sprechen. Oh, cool. Dessen Frau ist, glaube ich, das. Mein eigener Verdammter, Bruder. Oh, fuck, mein eigener fucking Bruder. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck you want from me? I had no choice. Hm. Ach so, er hat seinen eigenen Bruder und so umgebracht. Weil die kontaminiert sind, glaube ich. Tja. Da ist noch eine Prechtange, glaube ich, für dich, ne? Ja, die hab ich gerade mal so genommen. So, ich glaube, hier hinter ist Besuch. Äh, deswegen... Einfach aufmachen. Oh, moin. Bleib liegen. Ehrlich. Oh, was haben wir hier? Hallo? Ja, ich kann das zwar... Ich hab ein Sammlerstück gefunden. Hier auf dem Tisch, glaube ich weiß ich siehst du dich auf dem Tisch. Ich bin ein Sammlerstück, ne ne. Ich hab ein Sammlerstück, ne. Ich habe ein Tartes versucht, glaube ich, nicht gut. Das ist nicht nur eine Gefahr, die nicht nur die Ecosysteme hier, sondern die Menschen von Banuay für Bälle. Ich habe mir gesagt, dass mein Leben in gefährlich sein könnte, als die hinter dieser illegalen Aktivität nichts verhören. Ich habe mich schon gefasst, was du sagen machst. Ich bin jetzt auf dem Tisch, glaube ich. Was? Ah, ne, da liegt keiner, denn wir haben beide zusammen, glaube ich, das Ding gemacht. Also habe ich den Pass. Hast du jetzt auch das Ziel, wieder zurückzugehen? Ähm, ja. Auf der Kasse? Okay, gut. Dann hat es ausgereicht, wenn einer von uns das hat. Das ist gut. Ich brauche noch eine Waffe? Äh, ich habe jedenfalls noch meinen Stab. Ich habe meinen Stock noch, ja. Ich habe einen Molotow. Ah, guck mal, da unten auch ist so nicht niedlich. Ja, er lebt ja noch. Oh. Mein Stock ist kaputt. Echt schade. Ich habe noch einen... Ah, gut, ich habe einen Paddel. Ist da einer? Ja, da sind drei. Oh, der hat sogar einen Stock. Oh nein. 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 Meine Waffe ist kaputt. Du hast auch noch eine zweite. Jetzt habe ich den Stock hier. Ich habe nicht keine zweite mehr, ich habe nur den Stock. Du hast auch eine Stange aufgenommen. Oh, ich habe Ausweis Nummer eins gefunden, Sammlerstück schon wieder. Okay, cool. Und wie habe ich die nicht? Ne, weil ich die schon vor dir aufnehme, glaube ich, deswegen. So, äh... Ich bin hier noch ins Haus reingegangen, ne? Achso, ich erlege hier schon mal den nächsten Zombie. Wenn du Energydrinks brauchst du in dem Haus sind Energydrinks. Naja, ich gerade nicht, habe ich gerade schon erst einen getrunken. Hallo, stirb. Tschüss. Ey, guck mal, guck mal, guck mal hierher. Komm mal hierher. Ja? Oh, fuck. Die haben Sexfilm gedreht. Die haben hier einen Sexfilm gedreht. Ja, aber mich hat gerade einer von hinten angegriffen. Warte. Oh, da ist ja schon wieder einer. Hallo. Sexfilm. 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 Wurden den Sexfilm gedreht. Ja. Guck dir jetzt an, die ist noch eingekettet. Tja. Haha, wie geil. Das hast du getötet? Ja. Oh, ich habe einen Hammer gefunden. Oh, ich habe ein rostiges Rohr gefunden. Ich habe hier die Kisse aufgemacht und habe den Hammer gefunden. Hä? Aber wo ist denn das jetzt hier rostige Rohr? Das ist unlogisch. Ich habe es zwar aufgenommen, aber ich kann es aussehen. Halt mal das Mausrad gedrückt, dann kannst du ja auch die Waffen auswählen. Ja, aber da habe ich jetzt nur dieses Holzbrett. Hm. Eigentlich muss das da sein. Ist es aber nicht. Also, hier ist nur das Holzbrett da. In den Häusern. Wir haben Gäste vor der Tür. Oder einen. Ach, der ist schon tot und nach einem Schlag. Auf jeden Fall ist nämlich mein Holzbrett auch, äh... Nicht. Wollen wir Fußball spielen? Was? Fußball? Oh, geil. Ja, also doch. Bang. Okay, gut. Treten wir den Rückreise an. Lebt die da rechts noch? Die da, ja. Jetzt nicht mehr und ich will keine Waffe mehr. Was auch findet ihr? Ach, hier waren wir schon. Ach, moin. Hallo, schlag ihn doch. Du kannst nicht... Alter. Stiff! Ach, es ist f***t up! Boom, boom. Okay, die 5 Dollar nehmen wir ihm auch nochmal weg. Ja, ich hab nur meine Vorhüste. So, irgendwie kann man, glaube ich, keine Waffe aufnehmen, wenn man eine hat. Das kann gut sein. Oder guck mal ins Inventar oder so rein. Ich glaube, mit F oder G ist, glaube ich, Inventar oder so gewesen. F oder G? Irgendwas war, glaube ich, Inventar. Ich weiß nicht mehr, was Inventar war. War es Tab? Shift? Strg? Nee, Alt auch nicht. Ich habe jetzt wieder ein rostiges Rohr, aber... Hm. Weiß ich nicht. Ach, M ist die Map, okay. Ach, da, Inventar, glaube ich. Du kannst auf Inventar... Wenn du M hast, dann hast du Inventar. Da musst du mal gucken. Inventar. Ah, ja. Und da kannst du, glaube ich, irgendwo die Waffen nochmal neu verteilen, also als Rechtsherz dieses... Ja, ja, stimmt. Rohrrostig, schweres Rohr. Ah, okay, ja, okay. Ja, so geht das. Ja, okay, gut. Dann haben wir das auch rausgefunden. Ich will hier wieder stehen, so. Nachher haben wir schon alles rausgesucht. Ja, da sind wir erst hergekommen. Ich hab' einen Magnet gefunden. Oh, vorne sind wir Ausrufezeugen, was auch immer das Gebäude deuten mag. Ja, da müssen wir hin, da müssen wir das Quest abgeben. A, wo? Okay, okay. Hallo, geh da hoch, du eh den Liga. So, moin, Leute. F. F. Schüssel zum Leben. Hat der noch... Hat der noch was für uns? Wollen wir vielleicht von denen nochmal machen? Ob wir hier hinten mal irgendwie auch noch ein Quest, glaube ich? Ja. Wollen wir sonst erstmal hier hätten das Quest machen? Ja, wenn einer ist, dann machen wir den. Ja, hier ist der Steven. So, moin, acostum. Irgendwie muss hier ein Ausrufezeichen. Blauplan, genagelt. Ja, das ist so ein Nebenquest, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Das muss ich mal mit denen hier sprechen. Warst denn hinten bei den Typen in der Ecke? Bei den Typen in der Ecke? Hinten, hinten rum, hinten in dem Bett, also da wo... Da ist hinten so ein Typ, der sitzt auf dem Stuhl in der Ecke in meinem Bad. Ja, bei dem waren wir gerade. Ja, genau, okay. Geh zum Rettungsschwimmer, schon, okay. Geh zum Rettungsschwimmer, okay. Wir kommen schnell, als wir wissen, es ist safe. Also, ich habe den Kühl mit der Stress jetzt auch noch nicht angezeigt. Nee, weil ich es wahrscheinlich auch noch annehmen muss. So, es geht zum Rettungsschwimmer, okay, jetzt wurde mir angezeigt. Oh, komm, ich nehme mal hier mal an, er schickt noch mit. Braucht zwar nicht, aber es ist okay. Einfach mal einen Energy Drink nehmen. Man muss gar nicht gedrückt halten, um zu laufen. Ne, ach, wer lebt denn noch? Ach ja. Wow. Ja, genau, Alter. Oh, ich bin aufgestiegen. Bist du auch aufgestiegen? Ne, noch nicht. Oh, was hier vorne? Oh, guck mal. Moin. Ich kann U und meine Fähigkeiten für eine Raserei. Da noch jemand? Oh, geil. Moin. Ja, ich wäre auch so sauer, wenn mich jemand beim Kacken stört. Oder was auch immer das hier ist. Ach, das ist gar kein Klo. Oder auch nicht was. Energy Drink. Komm, mach mal hier so einen fütenden Wurf mal. Naja, komm. Du bist zum Wurf, Meister. Oh, Geld. Oh, 14 Dollar. Rohr. Geld. Hihi. Okay. Äh, da lang müssen wir, ne? Irgendwie. Genau, da müssen wir lang. Drücke eh, um zu treten. Am besten ist, wenn du jams, glaube ich, und dann eh drückst. Achso, wir müssen ja hier lang. Boom. Hallo. Ach komm, ey. Na komm. Ey, du ehländige Schnaufer. Du ehländige Bitch. Geh mal weg, Jamm, vom Auto. Ja, komm. Ey, du ehländige Schnaufer. Stimmt, Autofahren können wir ja, glaube ich, auch. Ja, können wir auch. Achso, dann guckst du der Typ, den wir helfen. Stirb, ehländige. Oh, der hat eine Brustbeute bei sich. Ja, ooooh. Nee, ich hab ihm beide Beine ab. Jesus Christ. Wenn du nicht hierher gekommen bist. Willst du mit mir kommen? Ich sammere alle Supply, die ich in der Water Sports Rental Kiosk finden kann. Vielleicht findest du etwas, das in der Hand kommt. Ich hab hier gebeten. Oh, cool. Ich fahre einfach mal hin, eiskalt. Ach, ich hab die falsche Taste gedrückt, deswegen. Ich hab ihn getreten. Nehm, was immer du willst. Entschuldigung, komm, bevor dich nicht treten. Energiedrink, Wasser, Elektroschrotz. Oh, was haben wir hier? Hier kannst du deine Waffen reparieren. Zum Beispiel. Achso, nee, will dich gar nicht. Kann ich das machen? Schwache Hammer. Reparieren. Überklärung, warum nicht? Pass mal, Nägel. Wenn ich noch keine besseren Waffen hab, dann kann ich das ruhig machen. Ach, du hast nen Hammer auch geil. Ja, ich hab sogar ein Tauchmesser schon gefunden. So, komm. Wir müssen weiter gehen. Na, warte. Ich bleib erstmal bei dem Ding hier. Hier ist noch ein Stab. Ein Stab? Bleib mal liegen. Mein Gott. Keine Ahnung. Mach, die Stücken. Die stellen sich auch immer an. Wtf. Oh geil, hab ich noch irgendwas... Nein, hallo? Mach doch nicht zu, die Tür. Verdammt. hast du das geld muss irgendwie einsammeln damit du zum beispiel mein gott hier ist noch ein Stab für dich erstmal muss ich ihn erstechen los komm Leon warte hier schade oh guck mal in Sandburg kann man nicht ertreten? oh guck mal da hallo